Und Silber habe ich ja so oder so, also das hätten wir ja auch schon rein machen können, aber Tierherz, also es fällt anscheinend an Tierherz. Wo kriegt man jetzt hier ein Tierherz her? Ich meine, wir können jetzt nur einfach mal rausgehen, so ein bisschen hier so im weltlichen Gegenden. Mal schauen, ob es da irgendwo Tiere gibt und die dann einfach mal abschlachten. Oder wir machen diese Mieze-Katze hier. Wir probieren es mal mit der Mieze-Katze. Okay. Die Katzen haben kein Herz. Ach, naja, Tierknochen haben sie, alles klar. Ich kann sie doch mal mit einer anderen Katze suchen. Weil manchmal haben die ja keine... Doch, Tierherz. Die Katzen haben auch Tierherze. Und das können wir jetzt auch abschließen. Also man kann auch die Katzen abschlachten zur Not. Ich glaube, Silber hat man eigentlich ständig. Dann machen wir das mal fix, ja. Also voll die Opfergabe, oder? Der alte Baum. Zählt unter Rätsel. Zum Beispiel. nh